Dass Desiree Nick kein Blatt vor den Mund nimmt, macht sie in ihrem Podcast Lose Luder nun noch einmal deutlich. In einer Podcast-Folge schoss Nick nun heftig gegen Heidi Klum und ihre Show Germany's Next Topmodel. Wer einmal mit Germany's Next Topmodel in Berührung gekommen ist, der hat sich ins Aus geschossen für jegliche Form der seriösen Model-Karriere. So Nick schnippisch. An Model-Mama Heidi lässt Nick ebenfalls kein gutes Haar. Man sollte Feingefühl und Einfühlungsvermögen haben, aber sie spielt ihre Macht aus über kleine Mädchen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Nathalie Volk war zu Gast in Nicks Podcast und pflichtet ihr bei. Heidi Klum hasst starke Frauen, weil sie immer selbst von starken Frauen fertig gemacht wurde. Ganz schön heftige Vorwürfe, die Desiree Nick und Nathalie Volk der 49-Jährigen da machen. Eins steht offenbar fest. Desiree Nick und Supermodel Heidi Klum werden wohl keine Freundinnen mehr. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Mach movies set dir��